Wie ist die Frage der Hochverfügbarkeit? Das ist ein relativ häufiges Thema auf der Frostgrundschutz seit einigen Jahren und ganz häufig kam halt immer wieder diese Frage der Hochverfügbarkeit, was kann man da machen? Und da gab es jetzt in den letzten zwölf Monaten eine relativ große Änderung, die wir InnoDB Cluster nennen werden und worum es da geht, was die Besonderheit ist, wie man das machen kann, das werde ich demonstrieren und hoffe es Ihnen in der Live-Demo dann auch entsprechend schmackhaft machen zu können. Ich fange mal kurz an mit, ja, was hat sich geändert? Also es gibt immer so eine ganze Menge Änderungen, was sich da entwickelt und wenn man sich das jetzt so anschaut, Docker ist auch ein relativ großes Thema auf der Frostgrund, habe ich gesehen, da geht es jetzt gar nicht drum, Security lassen wir alles weg. Es gibt so zwei Bereiche, die werden sich jetzt bei mir in diesem Vortrag vermengen. Das eine ist das Document Store und das andere ist das Thema Group Replikation. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, es geht um InnoDB Cluster, da sieht man schon, diese drei Komponenten werden irgendwie ineinander spielen. Nur vielleicht einfach mal zum gedanklichen Hintergrund, also seit Release 5.7.16 gibt es eine Funktionalität, die nennt sich Group Replikation, die dann im InnoDB Cluster enden wird. Und es gibt schon seit etwas längerem das MySQL Document Store, was wir auch für den InnoDB Cluster verwenden würden, was ursprünglich aber eigentlich für einen anderen Zweck entwickelt ist. Worum es da geht, werde ich wie gesagt gleich darstellen. Nur mal so als kurzen Wrap-up, wir sind Stand heute bei dem Release 5.7.19, wenn Sie irgendwas anderes einsetzen, 5.5 oder 5.6, sind die Versionsstände auch da, aber das Thema Hochverfügbarkeit, Group Replikation, InnoDB Cluster ist tatsächlich nur im Release 5.7.19 drin. Und ganz zum Schluss werden wir auch noch eine Slide über das Thema MySQL 8 verwenden. MySQL 8 ist das Nachfolgeprodukt von 5.7, fragt man sich natürlich, warum heißt es nicht MySQL 6 oder MySQL 7. MySQL 6 hatten wir es schon zu seinen Microsystem-Zeiten benannt, das ist nie live gegangen. Dementsprechend war die Nummer verbrannt und dann gibt es ein MySQL 7, das gibt es auch schon. MySQL 7 ist der MySQL Cluster, die Unterschiede sehen wir an dieser Stelle auch gleich mal, also die Nummer war auch verbrannt. Deswegen, das nächste Release heißt dann tatsächlich MySQL 8, also nach 5.7 kommt 8. Ein bisschen schwierig, aber so ist es halt. Gut, wir fangen mal ganz angemeint damit an, das Thema MySQL. MySQL wird im Internet sehr, sehr häufig verwendet. Und ich weiß jetzt nicht, wer aus welchen Teilen hier aus Deutschland kommt, es gab vor so zwölf Wochen etwa einen ganz interessanten Bericht auf Bayern BR5 aktuell, also dieser Nachrichtensender vom Bayerischen Rundfunk, ich glaube, den kriegt man hier nicht, weiß es aber nicht so ganz genau. Und da ging es um das Thema Verfügbarkeit, technische Verfügbarkeit und wie sich das Anwenderverhalten ändert. Und da gibt es eine Studie von einem Psychologiestudenten und das war ganz interessant, weil der sinngemäß gesagt hat, also jetzt muss man ein bisschen darauf achten auf das Alter. Unter 30-Jährige versuchen einen Service maximal eine Minute im Internet zu erreichen. Und wenn der nach einer Minute nicht verfügbar ist, dann machen sie was anderes. Also sie gehen zur Konkurrenz oder sie buchen halt doch nicht das Hotelzimmer oder sie machen halt irgendwas anderes. Also eine Minute. Kann ja jeder mal für sich überlegen, wie lange er probiert. Also ich bin etwas älter wie 30, ich würde es auch tatsächlich länger wie eine Minute versuchen, wenn ich jetzt irgendwas buchen muss. Aber auch bei mir ist irgendwann der Geduldsfaden gerissen und da macht man halt einfach was anderes. Jetzt kann man sich mal überlegen, was heißt es, wenn Sie irgendwas im Internet verkaufen oder einen Service anbieten, wenn Ihr Dienst dann nicht verfügbar wäre aufgrund der Datenbank. Datenbank, das kostet ganz schnell ganz viel Geld. Und das ist so ein bisschen diese Idee hinter dem Thema Hochverfügbarkeit. Und mal ganz realistisch betrachtet, Sie können eigentlich mittlerweile hingehen, wo Sie wollen. Also alle wollen eigentlich irgendwelche verfügbaren Systeme. Also dass ein Service in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt applikationsseitig, serverseitig, disk oder sonst irgendwas, mal nicht verfügbar ist, das versucht man im Vorhinein eigentlich so schnell wie möglich irgendwie auszuschalten. Und genau darum geht es bei dem Thema MySQL und bei dem Thema Datenbanken. Warum wir das jetzt so gemacht haben mit InnoDB Cluster, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und die basiert so im Großen und Ganzen auf dieser Grafik. Ich will nicht sagen, ob die jetzt 100% korrekt ist oder nicht, aber kann ja jeder auch mal so ein bisschen für sich überlegen. Also so sinngemäß sagt man, naja, es gibt halt eben Software-Bugs, die zu einem Absturz eines oder zu einem nicht vorhandenen Service führt. Ja, das mag passieren. Und ja, Hardware fällt auch tatsächlich mal aus. Aber man sieht, dass tatsächlich 40%, also mehr wie zwei Drittel der Anwendungsfälle durch User provoziert wurde. Das heißt, das System lief eigentlich ganz gut. Und dann kam der User und das System lief nicht mehr. Diese Studie wird gedeckelt. Ich komme aus dem Frankfurter Umfeld, von der Sprache, ich möchte auch immer relativ schnell. Beispiel mit einer Bankenstudie, die relativ populär gewesen ist. Bei Banken gab es auch eine relativ große Publikation darüber, wo eben gesagt wurde, also Cluster im weitesten Sinne führen nicht zu einer höheren Verfügbarkeit. Eine ganz interessante Aussage. Vielleicht hat die der ein oder andere gelesen. Und das halten wir uns einfach mal im Kopf, um zu überlegen, was haben wir getan. Gut. MySQL gibt es schon relativ lange, 22 Jahre in diesem Jahr. Und da gab es ganz viele Arten, das auch vorher schon hochverfügbar zu machen. Also ganz viele setzen Master-Slave ein oder Master-Master-Replikation. Das ist häufig vorzufinden. Das funktioniert im Regelfall auch ganz gut. Da gibt es einen kleinen Downside, den werden wir gleich sehen. Und dann geht es weiter. Also man kann diesen Prozess auch automatisieren. Wenn ein Master dann nicht mehr verfügbar ist, wird ein Slave automatisch promotet. Dann gibt es Systeme mit DRBD und dann gibt es also ganz viel auf Basis von Windows-Clustering-Server oder Red Hat Cluster-Suite ist auch ein relativ populäres Produkt. Oder dann auf dem Thema VMware, VMware-Fault-Tolerant oder VMware-HA. Das sind alles Technologien, die sind irgendwo im Einsatz. So und jetzt gibt es eben was Neues. Und das ist die MySQL-Group-Replikation. Und Sie sehen schon, dass also vom Gedankengut, wir die höher positionieren wie alles andere. Das ist zunächst erstmal eine rein theoretische Betrachtung. Aber mal vom Grundsatz her können Sie sich ja überlegen, wenn ich dann fertig bin, könnte das Sinn haben oder könnte das nicht haben? Wo sind die möglichen Fehlerquellen? So, also lange Zeit war die Replikation, Master-Slave, Master-Master-Status-Quo. Was ist da passiert? Also Sie hatten drei Server, A, B, C. Und interessant war eigentlich immer nur, was passiert, wenn der Master-Server kaputt geht. Warum auch immer. Der wird gestohlen, der wird ausgeschalten, was weiß ich, ganz egal. Die Idee ist tatsächlich die, okay, ich habe ja meine zwei Slave-Replika, die existieren. Also nehme ich einfach jetzt den Slave-Server B und mache diesen Server B zu meinem neuen Master-System. Und mein C, Slave-Server, den hänge ich dann an B wieder dran. Das klingt viel komplizierter, wie es in der Praxis ist. Wenn da einer ein bisschen fix ist, hat er das in ein, zwei Minuten typischerweise abgebügelt. Die Frage ist, was passiert, wenn dieser A-Server dann wieder zurückkommt? Ist es dann der neue Master? Der denkt ja dann vielleicht noch, okay, ich habe irgendwie die aktuellen Datensätze. Wie ist dann diese Synchronität von diesem Cluster? Dann fängt eigentlich die Arbeit an. Der reine Prozess des Verfügbarmachens ist relativ simpel. Die Frage ist, was kommt danach? Und das Zweite an dieser Stelle ist, ich habe jetzt hier einfach mal pauschal gesagt, dieser Server A, der ist kaputt. Das ist eine ganz spannende Sache, weil wann ist ein Master-Server dann wirklich kaputt? Wenn ich jetzt einfach einen Reboot initiiere, warum auch immer, ist der dann kaputt? Wäre es nicht vielleicht fast besser zu sagen, ich warte, bis der wieder online ist und ist Bestandteil von diesem System? Also das ist ein ganz interessantes Konstrukt. Oder wartet der nur auf irgendwas? Hängt da vielleicht nur ein Prozess? Hat der einfach zu viele Connections? Ist ja eigentlich eine gute Sache, er wird verwendet. Also dieser Prozess, der Server ist nicht mehr verfügbar oder der ist kaputt, das ist eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeit für uns, das festzustellen. So, wenn man sich das jetzt aus MySQL-Sicht mal anschaut, ich gehe mal davon aus, Sie kennen alle MySQL so ein bisschen, Sie wissen, was Binlogs sind, Sie wissen, was Relaylogs sind. Mal ganz grundsätzlich, das ist eine ganz einfache Darstellung jetzt, also Sie bekommen eine Transaktion von einer Applikation und die wird im meidesten Sinne wird die in Binlog abgearbeitet. Klassische Replikation. Die wird dann gegenüber der Applikation committed und das war's. Und die sogenannte asynchrone Replikation in MySQL, die gibt es schon sehr, sehr lange, Version 4 irgendwas, würde letztlich eine Funktionalität zur Verfügung stellen, die einem Slave Server 1, 2, das können beliebig viele sein, das können auch mehrere hundert Systeme sein, versuchen, diesem Binlog-Server zu folgen. Interessant ist, ob dieser Service Slave 1 oder Slave 2 verfügbar ist, interessiert den Master nicht. Das hat was Gutes und das hat was Schlechtes. Also egal, was die hier unten machen, der Master-Server, der läuft weiter. Das ist gut. Es ist aber auch interessant zu wissen, vielleicht habe ich tatsächlich gar keine Synchronität mehr zwischen meinen Systemen. Ich habe keinen Failover, ich habe kein Ausfall-Szenario mehr. Also von der Seite wäre es unter Umständen fast besser zu sagen, okay, ich stoppe diesen Master-Server mal, um sicherzustellen, dass meine Daten auf Slave 1 und Slave 2 eben halt denselben Status hätten wie auf Master 1. Das ist so ein bisschen die Idee. Das Schöne ist, das skaliert sehr, sehr weit, wenn man sich das mal anschaut. Facebook ist so ein ganz üblicher, oder so ein ganz bekannter Anwender von MySQL, ein anderer ist Booking. Die bauen mit diesem Konstrukt sehr, sehr große Farben. Ich kenne Facebook leider nicht so im Detail, ich kenne Booking aber relativ gut. Die bauen Master-Slave-Farben in dem Bereich zwischen 100, 50, 200 Server. Das ist durchaus üblich. Und das funktioniert sehr, sehr gut. So, dann gab es die Überlegung, okay, wir müssen in irgendeiner Art und Weise sicherstellen, dass die Daten des Masters auf dem Slave existieren. Und dann gab es, auch das ist schon viele Jahre zurück, die Idee der sogenannten semisynchronen Replikation. Da hat sich jetzt was geändert. Und zwar auch hier wieder, ich bekomme eine Transaktion. Seit Release 5.7 wird diese Information zunächst erstmal im Binlog vorgehalten. Sie wird nicht gegenüber der Storage Engine committed. Die entsprechenden Relay-Server, Slave 1 und Slave 2, bekommen diese Informationen auch. Und erst wenn es einen Acknowledge gibt, auf dem Master-Server wird die Applikation entsprechend, Entschuldigung, wird die Transaktion auf dem Master-Server entsprechend committed. Das hat was Gutes, das hat was Schlechtes. Also ganz offensichtlich, ich gehe nochmal zurück im Bild, funktioniert das ja ganz sehr viel schneller wie das. Das ist auch so. Semisynchrone Replikation ist von der Performance her gesehen zunächst erstmal kein Fortschritt. Aber ich kann eben sicherstellen, dass die Informationen, die hier und hier existieren, zumindest mal in den Logs, dass die identisch sind. Das kann ich gewährleisten. So, das ist zum Beispiel das Modell, was eine Firma Booking macht, um sicherzustellen, dass ich zumindest mal ein oder mehrere Ausfallsysteme habe, in dem Moment, wo mein Master-Server nicht zur Verfügung stünde, dass ich auf einen definierten Status, im Slave 1 oder Slave 2, umwechseln kann. Wie gesagt, das gibt es schon relativ lange, seit Version 5.5, das ist ein alter Hut, das ist nicht so populär, aber es ist tatsächlich anwendbar. Und jetzt hat sich was geändert. So, was hat sich jetzt geändert? Zunächst erstmal, auch hier, wir haben wieder dieses Beispiel der drei Server. Und aus Replikations-, aus MySQL-Sicht, sind das jetzt alles Master-Server. Und die Idee, die wir hier hinterher haben, ist, dass es jetzt eine Kommunikation zwischen diesen Servern gibt und die die sogenannten State, die Information des Statuses, austauschen. Jeder einzelne Server spricht zu den jeweils zwei anderen, ein Broadcast-Modell, ein klassisches Broadcast-Modell. Und in dem Moment, wo ich den sogenannten Konsens bilden kann, es gibt einen sogenannten Zertifizierungskonsens, in dem Moment, wo ich Konsens bilden kann, wird der Cluster deklariert als, ich bin up and running, bei mir läuft alles. Und in dem Moment, wo einer dieser Systeme jetzt tatsächlich nicht mehr dem Konsens folgen kann, wird der aus diesem Cluster rausgelöst. Das ist grundsätzlich erstmal die Idee. Die dahinter stehende Theorie heißt Paxos, wir setzen hier auf einer Mencius-Variante auf. Aber mal ganz grundsätzlich, solange zwei Systeme identisch sind, wird mal unterstellt, dass entweder das dritte System out of date ist oder nicht aktiv oder sonst irgendwas. Und erst wenn dieser dritte Server wieder diese Information vorhalten könnte, erst dann wäre der tatsächlich wieder der Bereich des aktiven Clusters. Wir nennen das ganze Ding Group-Replikation. Das setzt also auf einem Replikationsmechanismus aus, der allerdings hochgradig optimiert ist. Aber die dahinterliegenden Technologien sind eins zu eins identisch mit der Replikation. Das gibt es dann auch wieder auf Linux, auf Windows Solaris und auf anderen Plattformen. Und die grundsätzlichen Technologien zum Bedienen des Systems setzen auch wieder auf der Replikation auf. Das ist ganz grundsätzlich erstmal die Idee, die dahinter steht. So, was läuft da jetzt im Hintergrund ab? Also, ich hatte vorhin gesagt, wir bekommen eine Transaktion. Ich hatte gesagt vorhin, die geht dann irgendwie in das Binlog und wird dann mit der Deutsch-Engine abgeglichen. Hier gibt es jetzt einen zusätzlichen Stritt. Und zwar über meine drei Systeme, Master 1, Master 2, Master 3, also keine aktiven Flash-Systeme mehr. Wird versucht, der Konsens zu bilden. Das ist die Idee von Paxos. Das Protokoll, was hier unten drunter läuft, das ist das sogenannte GCS, Group Communication System. Das ist ein Plugin, was in MySQL jetzt seit Release 5.7.16 enthalten ist. So, und wenn ich jetzt tatsächlich eine Transaktion ausführe, dann wird zunächst erstmal versucht, den Status der Transaktion auf den anderen zwei Systemen zu erfragen. In dem Moment, wo diese Transaktion auf den anderen zwei Systemen nicht in irgendeiner Weise gelockt, blockiert oder andersweitig verhindert ist, wird diese Transaktion zertifiziert. Die wird so etwas wie in einem virtuellen Pool geschrieben, kann man sich tatsächlich wie so ein Cache vorstellen. Und dieser Cache wird dann nach und nach abgearbeitet, die Information wird zertifiziert, sie wird in das Binlog geschrieben, und sie wird entsprechend meiner Applikation committed. So, in dem Moment, wo ich jetzt tatsächlich keine Zertifizierung durchführen kann, schauen wir uns das Bild dann nachher an, wird unter Umständen diese Transaktion nicht gewährleistet werden. Das ist grundsätzlich erstmal die Idee. So, daraus resultieren jetzt mehrere Konsequenzen. Also zuallererst mal, in dem Moment, wo ich hier einen Master habe, und ich habe gesagt, auf den anderen zwei Systemen wird die sogenannte Zertifizierung angefragt. Zertifizierung heißt auch, ich muss immer einen Roundtrip bilden über diese drei Systeme. Ja, das ist so. Das Netzwerk in diesem Konstrukt, das muss sehr gut sein, weil in dem Moment, wo ich auf diesen dritten Server relativ lange warten muss, wird auch meine Einzeltransaktion dementsprechend verzögert werden. Das ist was anderes bei der Asynchron-Replikation. Da sind wir komplett latenzunabfällig. Da hat man ganz oft diese Konstrukte, Frankfurt, New York, und ob das jetzt eine Sekunde läuft oder nicht, ist egal, weil der Master ja nicht auf den Slave wartet. In diesem Fall gibt es Abhängigkeit. Das zweite ist, in dem Moment, wo eine Transaktion in Anführungsstrichen als zertifizierungswürdig angesehen wird, muss diese Server, Master Server 3, diese Information relativ schnell in das Relaylog bringen. Wäre dem nicht so, kann die Information nicht auf den BINLOG vorgehalten werden und ausgeführt werden. Heißt im Umkehrschluss, Master 1 ist super schnell, Master 2 ist super schnell und Master 3 ist irgendwie grottenlangsam, dann habe ich ein Problem, weil auch wenn ich ein ganz schnelles System habe, ich muss immer auf den Master Server 3 warten bezüglich der Zertifizierung. Der langsamste Server in diesem Konstrukt definiert die Gesamtperformance des Clusters. Ein anderer Punkt ist, man kann jetzt vielleicht auf alle Systeme drauf zuschreiben, aber wenn die sich irgendwie gegenseitig blockieren würden, hätte ich ein Problem, das schauen wir uns an dieser Stelle gleich noch an. Und, was wollte ich jetzt noch sagen? Entschuldigung, jetzt habe ich meine Rede vergessen. Also, das ist grundsätzlich erstmal die Idee der Konsensbildung der MySQL-Grupp-Replikation. So, jetzt muss man eine Sache wissen, das ist im Moment noch sehr relevant. Also, ich habe ja jetzt gesagt, ich habe meine Transaktion, die ist nicht in Verwendung auf 2 und 3, die wird entsprechend zertifiziert, die Information wird im BINLOG vorgehalten, wird gegenüber der Applikation committed. Jetzt sieht man an diesem Bild schon, das ist nur ein Schaubild, aber letztlich, die Zertifizierung auf diesem Master Server 2 würde unter Umständen länger dauern und auf 3 ebenfalls. Das heißt, ich habe schreibend tatsächlich den identischen Zustand, in dem Moment, wo ich jetzt aber ein Select, K und Stern, irgendwas mache, auf diesem Server, zu diesem Zeitpunkt, würde ich auf dem Master Server 1 ein anderes Ergebnis bekommen, als auf Master 2 und Master 3. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Tatsächlich gibt es Stand jetzt, Stand heute, in MySQL Build-In kein Read-on-Write-Commit oder Read-on-Write-Synchronität. Wird sich ändern, gibt es auch schon tausend Hacks und Tricks, was man machen kann, aber bei Default ist es erstmal nicht gegeben. So, da kommt noch, ne? Okay, da fehlt irgendwas. Gut. Okay. Also, Grob-Replikation, mal ganz grundsätzlich, ist es Replikationsart. Neben der Asynchron-Replikation, was wir schon relativ lang machen, und der Semisynchron-Replikation, was wir seit 5 oder 6 Jahren machen, gibt es jetzt eine sogenannte virtuelle Synchronität, virtuell im Sinne von, schreiben ist eben nicht gegeben, und der wesentliche Punkt ist, dass das Aushandeln im Fehlerfall von dem System erfolgt. Ich hatte vorhin gesagt, bei einem Master-Slave-System, Sie müssen den Slave-Server promoten. Ich sage jetzt einfach mal, der Fehlerfall sonntags morgens, irgendjemand muss entscheiden, mein Master-Server, der läuft nicht mehr, und ich promote meinen Slave-Server als neuen Master-Server. Irgendjemand muss das händig machen. Das Bild entfällt hier komplett. Grob-Kommunikation beziehungsweise Grob-Replikation verhandelt selbst, welche Systeme sind aktiv und welche Systeme sind passiv, ohne ihr zu tun. Sie können das zwar beeinflussen, aber mal grundsätzlich entscheidet es der Cluster, ist er funktionstechnisch oder ist er nicht funktionsstechnisch. Es geht also ganz wesentlich darum, dass dieser manuelle Fehlerfall, das manuelle Switchen, das entfällt mit der Grob-Replikation. Was wiederum für Sie heißt, das Beispiel sonntags morgens, also Sie lösen das Problem vielleicht erst Sonntagmittag oder Montagmorgen, je nachdem, wie kritisch diese Systeme sind. Und alles andere, von wegen Aktiv-Aktiv-Updates und automatisch, ist alles schön und gut, aber es geht zunächst erst mal nur um diesen Aspekt der Hochverfügbarkeit. Und die zweite Information, ganz wichtig, auch wenn ich jetzt drei Systeme habe, ich kann zwar mit diesen anderen zwei Systemen irgendwas lesetechnisch abbilden, aber auch wenn ich drei Systeme habe, ich kann immer nur auf ein System schreiben. Die Performance des langsamsten Systems definiert mir die Performance der schreibenden Geschwindigkeit mit Maisgeld. Da hat sich zunächst erst mal nichts geändert. Das heißt, es ist ein relativ großer Schritt von einem System auf drei Systeme. Das andere ist aber tatsächlich, dass Sie eine sehr schöne Ausfall-Sicherheit haben. Gut, ich kann über dieses Bild sehr, sehr einfach Replikationsformen abbilden. Das geht Stand heute bis zu neun Servern. Ich habe typischerweise eine ungerade Anzahl von Servern, um klar zu machen, dass es eine Quorum-Bildung geben kann, dass ich diesen Fehlerfall von wegen dem Match. Zwei Server wissen es, zwei Server wissen es nicht. ausschließen kann und das ist ganz typischerweise so der nächste Schritt nach einer Master-Slave oder nach einer Master-Master-Replikation. Also alle, die hier Master-Master einsetzen und ich weiß, das ist sehr häufig im Fall, die können relativ einfach, relativ unproblematisch über dieses Thema der Grupp-Replikation nachdenken. So, es ist ein Build-In von MySQL. Wie gesagt, es ist im Produkt drin seit Release 5.7.16. Sie können die Plugins entsprechend laden. Sie müssen nichts irgendwie nachkonfigurieren, nachinstallieren oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo Sie Support-Verträge hätten, in dem Moment, wo Sie auf das MySQL-Forum gehen, es wird komplett durch das MySQL-Engineering-Team abgebildet. Es ist tatsächlich eine neue Funktionalität. Es ist nicht im Release 5.5 und auch nicht im Release 5.6 enthalten, es ist nur in 5.7 drin und in dem zukünftigen Release MySQL 8 wird es ebenfalls enthalten sein. Jetzt, da gibt es eine ganze Menge Optimierungen. Also, wenn man sich das Performance-Technisch mal anschaut, die Performance-Metrics, die Sie gleich sehen werden, ist schon wieder eine ältere. Also, man versucht natürlich gerade im Zuge der Asynchron-Replikation hier möglichst Catch-off zu machen. De facto, es ist ein Performance-Einbus nach wie vor zu sehen. Man muss sich einfach überlegen, diese drei Systeme müssen sich updaten. Ich gehe einfach mal davon aus, sie stehen relativ nah beieinander, idealerweise irgendwie in einem Rack. Da ist der Performance-Overhead relativ gering, aber er ist de facto da. Wenn man aber weiß, dass die meisten MySQL-Systeme unter einer Load von 20% belastet werden, sage ich einfach mal, ist es in allermeisten Fällen nicht relevant. Alles, was Sie zu dem Thema Replikation und Monitoring der Replikation können, über die entsprechenden Befehle, wird nach wie vor mit der Group-Replikation 1 zu 1 abgebildet. Da gibt es jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, aber wenn Sie zum Beispiel Replikation über das Performance-Schema machen, das können Sie mit Group-Replikation auch machen und alles das, was Sie schon wissen von der normalen Replikation, können Sie auf das Thema der Group-Replikation mit anwenden. So, jetzt, ich sage einfach mal, Sie haben Release 5.7, 17, 18, 19 und Sie haben vielleicht auch schon das entsprechende Binary Logging enabled. Das sieht dann in etwa so aus, also Sie geben hier eine Server-ID, die muss unique sein. Dann gibt es den Global Transaction Identifier, also die unique ID des Servers in der Replikation, also typischerweise irgendwie irgendwas Uniques halt. Wir forsen die Global Transaction ID Consistency, also alle Systeme sollen tatsächlich diesen globalen Trigger folgen. Ich habe hier meine entsprechenden Binlog, Verzeichnis und wir setzen an dieser Stelle Group-Replikation unterstützt nur das sogenannte RAW-Format auf. Also das sind Settings, die haben Sie alle höchstwahrscheinlich heute schon so oder ähnlich gesetzt. Das ist gut. Und was müssen Sie jetzt zusätzlich machen, um die Group-Replikation zu definieren? Und das ist dieses linke Fensterchen. Also zunächst erst mal, hier Sie geben der ganzen Gruppe wieder einen Namen und dann sagen Sie, okay, das soll gestartet werden. Sie sagen, wie die lokale Adresse mit dem lokalen Port ist und dann sagen Sie eben, das sind die zwei anderen Mitglieder. Dann laden Sie das Plugin, Sie starten das und das war es im Endeffekt schon gewesen. Alles, was im Binlog ist, wird entsprechend nachgezogen. Der initiale Zustand muss identisch sein. Alles, was Sie von der Group-Replikation kennen, können Sie, Entschuldigung, alles, was Sie von der normalen Replikation kennen, können Sie auf die Group-Replikation mit anwenden. Ganz grundsätzlich ist das erst mal relativ einfach. Wie gesagt, ein Restart ist nötig und Sie brauchen ein relativ neues MySQL-Release. Aber dann ist das, wie gesagt, erst mal kein Problem. Ich hatte es schon gesagt, die Performance, da muss man sich jetzt immer überlegen, ja, durable oder non-durable. Interessant ist hier gelb und blau. Und ich hatte es schon gesagt, also man sieht schon so einen Performance-Einbus 20%. Man kann da jetzt andere Überlegungen anstreben, dass man sagt, naja, also ich habe ja ein verfügbares System, also gehe ich auf das Non-Durable, das heißt, ich würde den Vergleich ziehen, Durable hier versus Non-Durable hier, da ist die Performance-Impact tatsächlich sehr gering. Lasse ich jetzt mal außen vor, also man sieht schon tatsächlich, es kostet eine gewisse Performance. Das muss einfach klar sein von weg. Also wenn Sie sehr, sehr, sehr schreibintensive Applikationen haben, dann muss man einfach gucken, ob man mit der Performance der Group-Replikation noch hinkommt. Aber, wie gesagt, die meisten Systeme laufen unter einer Last von 20%, da ist das kein Problem. So, jetzt die Betrachtung, Multimaster. Ich hatte, oder auf der Folie vorher stande irgendwie, ich kann auf alle Systeme schreiben. Ich habe jetzt hier Group-Replikationen abgebildet über fünf Server. Ich habe jetzt hier meine Applikation A, die versucht, auf diesen Server zu schreiben, die versucht, den Record A abzudaten, den Record A2 abzudaten. Die versuchen, Konsens zu bilden, in diesem Bild, Record A2, ist in gar keiner Datenbank gelockt. Dementsprechend wird diese Applikation hier ausgeführt. Die, die in der Parallelität auch ausgeführt wird, hat tatsächlich den Record A1 zum Update. Dementsprechend gibt es A1 und A2 hier keinen Konflikt. Beide Transaktionen werden ausgeführt. Das ist der einfach anzunehmenste Fall. So, gleiches Beispiel, sieht zunächst erst mal identisch aus. Der Punkt ist, hier ist es A1, da ist es auch A1. So, jetzt muss man sich wieder überlegen, was passiert. Zeitlich werden die ja nicht identisch sein. In diesem Beispiel wird diese Transaktion zuerst ausgeführt. Das heißt, diese Transaktion wird ausgeführt, sie erfragt eine sogenannte Zertifizierung. Das heißt, der Record A1 ist gesperrt. Er wird es hier auch versuchen, den Record A1 zu zertifizieren. Er wird aber fehlschlagen, weil der zu dieser Zeitpunkt noch nicht committed ist und dementsprechend nicht beendet ist. Das heißt, wir werden hier dieses Bild sehen. Okay, dieser Server wird upgedatet, dieser zweite Server wird wahrscheinlich fehlschlagen. Gut, das ist jetzt ein Problem. So, was kann man jetzt machen? Da gibt es tausend Lösungen, für die die Master Master in Einsatz haben. Die wissen, es gibt da Proxy und es gibt Load Balancer und man kann mit ganz vielen Tricks und Tricks arbeiten. Aber mal ganz grundsätzlich, Multimaster ist vielleicht nicht so der Idealfall für Grob-Replikationen. Es wird da so etwas wie ein Primary Master geben und die andere sind Secondary Master. Auf den Secondary Master wird dann das sogenannte Super Read-Only-Fleck gesetzt und so weiter und so fort. Aber hier haben wir jetzt genau wieder das Problem. Eingangs hatte ich gesagt, die meisten Cluster oder die meisten Hochverfügbarkeitstechnologien scheitern an den Menschen. Und in dem Moment, wo ich jetzt so etwas wieder aufbaue, zu sagen, okay, der Admin muss darauf achten, dass es ein Primary Master gibt und die anderen zwei sind hoffentlich Super Read-Only, das ist wie gesagt nicht das, was gewünscht ist. Hier ist genau dieses Problem. Und ich habe bis jetzt auch immer nur gesagt, Grob-Replikation und jetzt kommen wir zu diesem Thema der, Entschuldigung, also ja genau, so far alles war Grob-Replikation und jetzt kommen wir zu dem Thema des sogenannten InnoDB-Clusters. So, was ist anders bei dem InnoDB-Cluster? Also zunächst erstmal, der InnoDB-Cluster setzt zu 100% auf der Grob-Replikation auf. Also das, was ich Ihnen gesagt habe, bis jetzt können Sie auch mit dem InnoDB-Cluster anwenden. Und die Idee ist, dass ich tatsächlich diese Grob-Replikation aufbauen kann und zwar so einfach wie möglich. Also die Einfachheit, das ist das erste Modell, was gewährleistet werden soll. Es soll out of the box kommen. Ich hatte schon gesagt, naja, Grob-Replikation ist im MySQL-Cluster drin und eben hatte ich gesagt, naja, Sie können Router verwenden oder Loadbalancer verwenden. Ja, idealerweise verwenden Sie hier auch eine MySQL-Komponente, den sogenannten MySQL-Router, den schauen wir uns gleich noch an. Und dieses Ding sollte, wir reden ja wieder von der Facebook und von der Booking, auch möglichst hoch skalieren. Das ist grundsätzlich erstmal die Idee hinter dem InnoDB-Cluster. Und wie wir das gebaut haben, ist relativ simpel. Also wir haben hier die Grob-Replikation, für die alles gilt, was ich bis jetzt eben gesagt habe. Jetzt hatte ich aber gesagt, wir sollten noch sowas wie einen Router oder einen Proxy haben. Den gibt es, den MySQL-Router, das ist ein eigenes Stückchen Software. Und idealerweise sollte dieser MySQL-Router mit der Grob-Replikation zusammenarbeiten. Wenn es hier irgendwelche Änderungen gibt, dann sollte das der Router wissen. Und in dem Moment, wo ich hier irgendwelche Systeme dazu nehmen möchte oder ich möchte sie wegnehmen, sollte das auch automatisiert passieren. Und das macht die sogenannte MySQL-Shell. Die MySQL-Shell ist keine neue Komponente. Die MySQL-Shell war lange Zeit nur für den Document Store vorgesehen, um mit JSON-Dokumenten sehr elegant arbeiten zu können. Aber die MySQL-Shell hat auch eine administrative Komponente. Und diese administrative Komponente von der MySQL-Shell, die ermöglicht mir, dass ich diese Groob von Servers sehr, sehr einfach administrieren kann und dass ich auch das Aufsetzen und Administrieren des Routers möglichst fehlerfrei machen kann. Diese drei Komponenten zusammen, MySQL-Router, MySQL-Shell und MySQL-Groob-Replikation, das ist der InnoDB-Cluster. In sich sind das alles bekannte Produkte. Sie können den Router Standalone verwenden, Sie können die Shell Standalone verwenden, auch die Groob-Replikation Standalone verwenden. Aber in dem Moment, wo Sie alles zusammen verwenden, können Sie die InnoDB-Cluster sehr, sehr einfach dazu verwenden, Systeme aufzubauen, Systeme zu skalieren und Systeme auch zu ändern. So, jetzt habe ich gesagt, MySQL-Router. Also der MySQL-Router, für die, die schon länger MySQL machen, die wissen, da gab es mal so etwas mit der MySQL-Proxy, das war nicht unbedingt das löblichste Plattform MySQL, aber der ist halt jetzt wieder belebt worden und heißt jetzt halt MySQL-Router. Grundsätzlich, wie gesagt, den gibt es auch schon wieder so rund anderthalb, zwei Jahre, ist kein ganz neues Produkt, macht er zunächst erstmal einfach nur Load-Balancing. Der hat das Load-Balancing über ihre Master-Master-Replikation, über Master-Slave gemacht, soweit, wie gesagt, ist das nichts Tolles. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass der MySQL-Router den Status meiner MySQL-Group-Replikation erkennt. Der weiß, welcher von diesen Systemen diese sogenannte Primary-Rolle hat und welcher von diesen Systemen das sogenannte Super-Read-Only-Fleck gesetzt hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Applikation habe, schreibe ich nicht mehr in meine MySQL-Systeme direkt, sondern ich schreibe auf meinen MySQL-Router und der verteilt mir meine entsprechenden Connections, je nach Verfügbarkeit und je nach Last. Das ist die Neuerung des MySQL-Routers. Diese Information, wer, wo, was verfügbar ist in der MySQL-Group-Replikation, steht in MySQL in einem neuen Schema, in dem sogenannten Group-Replikation-Meta-Schema enthalten drin und die wird von diesem MySQL-Router ausgelesen. Gut. Jetzt hatte ich gesagt, also ich habe den Router, ja, das ist ein Stück Software, das können Sie runterladen, das ist sehr, sehr klein, der ist in der Größenordnung von 102 MB. Sie können den als Standalone betreiben. Wenn Sie ihn als Standalone betreiben, müssen Sie halt aus Verfügbarkeitsgründen mindestens zwei haben oder wahrscheinlich sogar noch mehr. Sie können diesen MySQL-Router aber auch auf den Applikationsserver mit draufbringen. Kurz, früher oder später wird der auch in den sogenannten MySQL-Connector wieder mit einfließen. Soweit sind wir an dieser Stelle halt einfach noch nicht. Aber mal ganz grundsätzlich ist ein ganz kleines Stückchen Software, Sie können die auch auf den MySQL-Group-Replikation mit draufbauen. Sie definieren zwei Ports, Port X und Port Y. Das eine ist Read-Write, das andere ist nur der Read-Port. Die Applikationen verbinden sich auf den Router. Der Router weiß um den Status der MySQL-Group-Replikation Bescheid. Die MySQL-Group-Replikation die managt sich selbst. Einer von denen ist der Primary-Master und die anderen haben das Super-Read-Only-Flag gesetzt. Klingt zunächst erstmal viel komplizierter, wir werden es in der Praxis gleich sehen, wie es dann ist, aber das ist der Aufbau. Nur nochmal zum Verständnis, in den allermeisten Fällen werden Sie versuchen, den MySQL-Router, ist wie gesagt ein ganz kleines Stückchen Software, auf den Applikations-Server mit draufzubringen, ist aber kein Muss. Sie können die auch Standalone betreiben oder Sie können diesen MySQL-Router auch auf das MySQL-System mit draufpacken. Gut, jetzt hatte ich gesagt, EnoDB-Cluster ist Group-Replikation und ist der Router und die dritte Komponente war die MySQL-Shell gewesen. Auch hier wieder, die MySQL-Shell ist keine neue Komponente, die gibt es, ich glaube, seit Release 5.7.11 oder 5.7.12 und ursprünglich war die Idee von der MySQL-Shell, dass ich, wenn ich mit Chasen-Dokumenten arbeite, Chasen war eine der neuen Funktionalitäten im Release 5.7, konnte ich lange Zeit eben nur mit SQL arbeiten und in dem Moment, wo ich dann irgendwas lesen wollte im Chasen-Dokument, ich wollte mit dem Chasen-Dokument arbeiten, ich wollte Updates, ich wollte Arrays erzeugen und so weiter und so fort, konnte man das alles select-technisch, SQL-technisch sehr, sehr einfach abbilden. Der Trick ist einfach, mit der MySQL-Shell kann ich das mit nativen CRUD- und JavaScript-Engine sehr, sehr viel einfacher tun. Also die MySQL-Shell in allererster Linie ist das Interface für das Chasen-Dokument von MySQL. Da wird die verwendet, da gibt es die schon relativ lange, aber diese MySQL-Shell wird tatsächlich auch dazu in Zukunft verwendet werden, um administrative Funktionalitäten von MySQL abzubilden. Das ist grundsätzlich die Idee der MySQL-Shell. Gut, ich habe es gesagt, die hat eine administrative Komponente und die erste große Komponente von der MySQL-Shell ist tatsächlich die Group-Replikation. Ich kann aber auch solche Sachen wie in MySQL ausrollen, User-Management und anderen Dingen schon sehr, sehr elegant machen. Nichtsdestotrotz, sie ist noch relativ neu, sie kam halt erst in dem Release 5.7. Man findet die noch nicht allzu oft vor, aber gerade dann im Kontext auch auf zukünftige MySQL-Releases wird der sehr, sehr viel Funktionalität nachgereicht. So, jetzt habe ich Ihnen den InnoDB-Cluster erzählt und ich habe auch gesagt, das ist alles super einfach und jetzt kommt eben die Demo dazu. Ich hoffe, dass es dann auch immer funktioniert und dass ich mich hier nicht jetzt selber abschieße. einen kleinen Augenblick. Können Sie mich noch hören? Augenblick. Es geht. Sie können mich immer noch hören? Okay. So, in meinen Beispielen setze ich hier auf Numeroic Linux auf. Das ist äquivalent zum CentOS, das ist äquivalent zu Red Hat. Das können Sie mit SUSE, das können Sie mit Windows machen. Also, welches Beispiel Sie jetzt durchführen, ist zunächst erstmal an dieser Stelle vollkommen unrelevant. Gut, wir haben jetzt hier eine Java-Applikation. Diese Java-Applikation hat ein paar Komponenten. Also, zunächst erstmal hat sie den MySQL-Server. Es ist kein Server verfügbar im Moment. Dann hat sie dieser blaue Rahmen, das ist mein Cluster. Sie sehen, im Moment ist noch gar kein Cluster gebildet. Diese drei Kugelschreiber da oben, das sind die Lastgeneratoren und diese schwarze Box hier, das ist der MySQL-Router. Also, Fragezeichen, hier ist noch nichts drin und tatsächlich läuft auf diesem System auch noch gar nichts. Das Einzige, was ich gemacht habe auf diesem System, ich habe MySQL installiert, ganz normal RPM, IVH, ich habe die Shell installiert und ich habe den Router installiert. Mehr habe ich nicht gemacht. Gut. Das allererste, ich hatte schon gesagt, eine Kernkomponente von dem InnoDB-Cluster ist die MySQL-Shell. Die MySQL-Shell muss ich aufrufen. Ich kann mit schräger C oder schräger Shell relativ einfach zwischen dem klassischen, dem existierenden MySQL-Client oder aber der MySQL-Shell hin und her wechseln. Gut. Der erste Punkt, den ich brauche, ist, ich habe MySQL-seitig auf meinem System noch nichts abgeküttet. Da läuft nichts. Und der erste Punkt, den ich brauche, ist, ich muss ein Environment deployen. Sie könnten jetzt sagen, MySQL-Database initialize, Sie könnten den Service starten, Sie setzen das Rout-Passwort. Sie haben das vielleicht schon mal gemacht. Kann man so tun. Oder mit der MySQL-Shell ist das Ganze jetzt ein Befehl und ein Passwort. Es dauert einen kleinen Augenblick. Was jetzt hier passiert ist, es wird mit dem MySQL-Sendbox-Environment ausgeholt. In diesem Beispiel ist es auf Board 4001. Der deployed die Instanzen jetzt und in einer Sekunde werden Sie sehen, dass eins von den hohen drei Xen da verschwindet. Das heißt, ein MySQL-Service als Standalone-Service ist jetzt verfügbar. Vielleicht eine Kleinigkeit noch. Ich mache jetzt hier alles auf einem Sandbox-Environment. Ich habe einfach Limitierungen auf meinem Notebook. Das geht genauso auch mit drei Standalone-Systemen. Das muss ich an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen. Ich hoffe, dass Sie mir das glauben, aber bauen Sie es einfach nach. Also es ist, wie gesagt, relativ. Also ich habe an dieser Stelle noch ein System laufen. Jetzt brauche ich noch meine zwei anderen Systeme. Ich habe ja schon erwähnt, der Innovative-Cluster hat idealerweise eine ungerade Anzahl von Servers. So, die zweite Instanz wird gebläut. Auch das dauert einen kleinen Augenblick. Das beleidigen Mindestanforderungen. Ja, das heißt, im Moment die Mindestanforderung. Richtig. Und die maximale Anforderungen oder das maximale sind die Standalone. So mehr geht nicht. Gut, und jetzt brauche ich noch meine dritte Instanz. Erste Sache, also ich habe meine drei Standalone-Systeme im Moment deployed. Ich habe also dreimal MySQL auf meinem System laufen. Ich verbinde mich über die MySQL-Chat zu dem P1000-Einsatz. Das ist von Ihnen aus gesehen der ganzen linke Server. So. Nach wie vor ist es so, ich habe drei Standalone-Systeme. Ich habe noch kein Cluster und lasttechnisch, wie wir sehen, läuft auch noch nichts. Also von der Seite im Moment alles noch ein bisschen langweilig. Aber was ich jetzt an dieser Stelle mache, ist, ich baue jetzt eben einen Cluster auf. In meinem Beispiel heißt er MyCluster. Nachdem Sie schauen wir drauf. Was jetzt passiert, dass eines von diesen Systemen aus dem Standalone-Mode in diesem blauen Rahmen, in diesem Cluster-Knoten aufgenommen wird. Jetzt könnte man sagen, das sind irgendwelche GIFs oder sonst irgendwas. Diese Java-Applikation stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung und gucken Sie, ob das stimmt, was ich Ihnen sage. Aber es ist tatsächlich so, wir validieren es hier in Echtzeit. Also einfach mal ausprobieren. Es gibt noch ein Equivalent von Preisen, also Java-Appreisen, was Sie an dieser Stelle nehmen. Also gut. Mein Cluster besteht im Moment aus einem System und im Moment null Fails, acceptable, weil es ist noch kein verfügbares System. Ich muss an dieser Stelle jetzt noch den zweiten und den dritten Server mit einnehmen. Auch das ist relativ einfach getan. Ich nehme den zweiten Server mit rein. So, und ich nehme den dritten Server mit rein und habe damit meinen MySQL-Cluster aufgebaut. Sie sehen auch schon, er hat das Read-Only-Fleck gesetzt. Read-Only heißt, also tatsächlich sind das zwei Member des Clusters. In diesem Beispiel würde, wenn der Router gleich drauf und würde er immer noch den 4001-Serk gehen. So, die Systeme sind konfiguriert. Ich muss jetzt noch persistieren, weil wenn ich die Prozesse jetzt gleich abschieße, würden die sonst nicht mehr starten. So, persistieren. Auch das mache ich aus meiner Schelle heraus. Einmal für den 4001er. Einmal für den 4002er. Da ändert sich im Bild nichts. Und einmal für den 4002er. Was passiert da gerade? Wie ich da oben was persistieren kann? Da passiert, also, ich gehe in das Verzeichnis so hier rein. Gut, ich hätte es Ihnen vorzeigen müssen. Das ist jetzt ein bisschen gut. So, meine Instanzen werden standardmäßig in dieses MySQL Instance ausgerollt. Da gibt es jetzt 4001, 4002, 4003. Und was bei dem Persistieren passiert ist, dass die Daten des Clusters, des Cluster-Konfig, das wird in die MyCNF geschrieben. Also in dem Moment, wo ich sage, ich persistiere die Daten, dann werden diese Cluster-Informationen, die ich Ihnen vorhin auf der Folie gezeigt habe, in die MyCNF reingeschrieben. Also hier steht jetzt das, was ich Ihnen sinngemäß vorhin auf der Folie gezeigt habe. Das ist alles, was passiert ist. Weil es waren ja Standard-Long-Systeme, die hatten diese Information. Gut, also mein MySQL-Cluster, der läuft. Jetzt hatte ich gesagt, wir wollen ja wahrscheinlich auch einen MySQL-Router haben, um die Last dann abarbeiten zu können. Gut, das MySQL, der MySQL-Cluster. Zunächst erstmal muss ich den initialisieren. MySQL-Router, Bootstrap, der verbindet sich auf Localhost 4001, also ich kann auch jeden anderen nehmen von diesem System, das wäre auch nicht relevant. Und das war's gewesen. Das heißt, was ich jetzt hier gemacht habe, der MySQL-Router bekommt eine INI-Datei, den schräger etc. MySQL-Router, der schreibt sich die Cluster-Informationen, das Cluster-Appeld in diese Router-Datei ran. Das ist alles. Gut, der Cluster ist zwar initiiert, der läuft aber noch nicht. Der letzte Schritt, den ich machen muss, ich muss mein MySQL-Cluster, mein MySQL-Router starten. Okay. Okay. Das war's für heute. Ich habe das vorhin am Stand gezeigt. Das tut mir leid. Ich kann es Ihnen jetzt leider doch nicht zeigen. Es tut mir sehr leid. Ich habe die vorhin beim Stand wahrscheinlich gelöscht. Ich muss es jetzt neu machen. Ich würde sagen, wir machen erst die Präsentation fertig und dann versuche ich es nochmal. Okay? Ist vielleicht jetzt an dieser Stelle einfacher. Tut mir leid. Okay, also was ich Ihnen gezeigt hätte. Ich hätte Ihnen gezeigt, okay, der MySQL-Router wird, schreibt sich die MySQL-Router-Kontricht. Ich hätte die Last erzeugt. Ich hätte den Server 1 abgeschossen mit einem Kill minus 9. Der Router wäre weitergelaufen. Ich hätte den zweiten Server abgeschossen mit einem normalen Kill. Der Server wäre weitergelaufen. Und dann wäre die Frage gewesen, warum läuft der weiter, wenn ich den zweiten Server abschicke, weil er kann ja kein Quorum an dieser Stelle mehr bilden. Und tatsächlich ist ein Kill auf MySQL ein ordnungsgemäßer Shutdown. Das heißt, er hat sich abgemeldet und solange ich mich ordnungsgemäß abmelde, kann das Quorum nach wie vor gebildet werden. Ich hätte dann den zweiten Server wieder zugenommen. Sie hätten dann gesehen, dass sie sich wieder synchronisieren. Und ich hätte den dritten Server zugenommen. Ich hätte dann beide Server mit Kill minus 9 gestartet und hätten gesehen, dass der Klasse sich automatisch runtergefahren hätte. Wer daran interessiert ist, ich bin an dem MySQL-Stand. Ich zeige es Ihnen dann. Wir versuchen es jetzt gleich im Anschluss nochmal. Ich hoffe, dass ich noch die würdige Zeit brauche. Danke. Gut, das ist das Bild, wie es heute hätte gehen wollen, wenn ich keinen Fehler gemacht hätte. Ich hätte das mit der MySQL sehr, sehr einfach aufbauen können und hätte das entsprechend deployen. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Die erste Sache ist die, dass ich an diesen Master-Slave-Systeme anhänge. Also Sie haben ja alle wahrscheinlich irgendwelche Slave-Systeme im Einsatz. Das kann man auch mit einer Group-Replikation machen. Sie müssen sich immer nur vorstellen, da wo vorher ein Master stand, stehen halt jetzt mindestens drei Master-Systeme. Und diese drei Master-Systeme können dann aber auch wieder von beliebig vielen Slave-Systemen adressiert werden. Genau genommen ist es sogar so, es gibt diese Rule, 10 Slave-Server auf ein Master oder 10 Slave-Server auf ein Binary. Genau genommen ist es sogar so, dass ich in jedem von diesen Master-Systemen das Binary-Log angreifen kann. Das heißt also, diese Intermediate-Master, die man früher eingesetzt hat, braucht man, wie gesagt, nach wie vor noch. Aber ich kann tatsächlich sehr viel mehr Systeme an so ein existierendes Funktionssystemen wie vorher. Gut, ganz wichtig, ich hatte gesagt, InnoDB-Cluster. Das Abbilden des Master-Systems ist bei heute keine Funktionalität des InnoDB-Cluster. Das ist was, das wird kommen, da arbeiten wir dran. Der InnoDB-Cluster kann bei heute nur Master-Systeme deployen. Slave-Systeme kann man noch nicht machen, das können Sie aber händisch machen. Das ist eine normale Replikation und diese normale Replikation linken Sie einfach gegen einen von den Mastern. Auch hier wieder empfiehlt sich der, heute ist nicht mein Tag, der MySQL-Router, um sicherzustellen, dass von den drei Systemen immer nur die aktiven Systeme für die Slave-Systeme angefragt werden. Gut, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ja, also MySQL, wenn man mal einfach schaut in der Vergangenheit, Release 5.7, 5.6, 5.5, da waren immer so zweieinhalb bis drei Jahre dazwischen. Und das Release MySQL 5.7 wurde im Oktober 2015, ich glaube 2015, Release. Das heißt, es wird jetzt langsam auch so für das nächste Release Zeit. Man muss da immer sehr aufpassen in der Oracle mit Forward-Looking-Statements, aber MySQL ist Open Source. MySQL 8, der sogenannte Development-Milestone-Release, die Beta-Produkte sind schon raus. Drei Stück hatten wir jetzt schon. Es ist davon auszugehen, dass der nächste der Release-Kandidat ist. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die nächste große Veranstaltung von Oracle Anfang Oktober ist, ist einfach zu vermuten, dass wahrscheinlich das Announcement von MySQL 8 in dieser Zeit rauskommt. Dann reden wir von dem Release-Kandidaten. Ja, dann ist einfach die Frage, wie viele Bugs, wie viele Requests gibt es noch. Aber normalerweise in dem Zeitfenster so um die drei bis sechs Monate sollte das GA-Release verfügbar sein. Das heißt, also ich persönlich gehe davon aus, dass MySQL 8 irgendwann im Laufe des Anfang des nächsten Jahres verfügbar ist. Und was hat sich da geändert? Oder was wird sich da ändern? Eine große Änderung wird das sogenannte Native Data Dictionary beinhalten. Stand heute ist es ja so, dass Bestandteile vom Release 5.7 immer noch intern auf MyEase-An aufsetzen. Und Sie wissen vielleicht, MyEase-An, nicht Crash-Safe, nicht Asset-Compliant. Also von der Seite der Schritt zu sagen, okay, wir trennen uns von MyEase-An, was in Anführungsstrichen für uns die alte Storage-Engine ist, und bauen alles auf nativem InnoDB auf. Das ist so sinngemäß der Schritt, der mit dem Native Dictionary passiert. Man kann da jetzt lange drüber diskutieren, das ist gut, und 100% Crash-Safe. Jetzt muss ich sagen, ich kenne keine größeren Fehlerfälle mit MySQL 5.7. Also dass diese DDLs nicht atomic gewesen sind, wussten die allermeisten gar nicht. Wir publizieren es halt jetzt im Rahmen von dem Native Dictionary, aber das war de facto kein Problem. So, jetzt ist die Frage, was ändert sich denn da noch? Und einer der großen Punkte, die sich mit diesem Native Data Dictionary ändert, ist die Single SQL Performance. Also wenn man ein sehr beschäftigtes System hat, und es wird Rückgriff auf das Information-Schema oder User-Daten oder andere Sachen genommen, dann sieht man einfach einen signifikanten Impact. Das Data Dictionary wird dazu führen, außer dass alles atomic und Crash-Safe und so weiter ist, dass auch Einzelstatements sehr, sehr viel schneller ausgeführt werden, gerade bei sehr beschäftigten Systemen. Das ist also auch ein Mittel, um die Skalierung nach oben zu treiben. Der zweite Punkt ist, stand heute im Release 5.7, es gibt nur einen Root. Es gibt zwar auch einen Root 2 und einen Root 3 und einen Root 3, aber sinngemäß sieht der Root 3 auch das, was der Root 2 sieht. Es gibt keine Security-Rollen, es gibt keine Security-Konzepte als solches. Es gibt einen Administrator und dieser eine Administrator aus der Vergangenheit heraus war für diese eine MySQL Instanz zuständig. Das wird sich im Release 8 ändern. Also in Anführungsstrichen so ein kleines Multitenance-System. Das ist abgebildet. Dann Support Unicode 9. Jetzt aus deutscher Sicht muss man sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da groß was gefehlt hat, dann wurde ich aber eines Besseren belehrt. Unicode 9, so wurde es mir gesagt, ich hoffe, das stimmt. Heißt so sinngemäß, näher alle Sprachen auf der Welt werden in einem Charakter-Set unterstützt. Wir hatten, wie gesagt, in Zentraleuropa jetzt da keine größeren Probleme damit, die Asiaten wohl sehr wohl. Und dementsprechend der neue Standard UTF-8 MB4 auf Basis von Unicode 9 würde es eben ermöglichen, tatsächlich nur mit einem einzelnen Zeichensatz zu arbeiten. Eine andere große Änderung, Persist-Configuration und Drag-Configuration-Changes. Sie wissen, die großen Änderungen in MySQL sind immer in der MyCNF. Das kann man relativ schwierig nachvollziehen, Stand heute. Wenn es halt einer gespeichert hat, hat er es halt gespeichert. Das kann man in Zukunft sehr, sehr einfach nachvollziehen. Und vor allen Dingen kann ich diese Änderungen in der MyCNF, in der MySQL Shell oder in der MySQL Client durchführen und kann die tatsächlich auch dann in der Session selbst persistieren. Das heißt, auf der einen Seite wird es dazu führen, dass ich nicht zwangsläufig für alle Änderungen Restarts brauche. Erste Änderung. Die zweite ist tatsächlich die, dass ich diese Änderungen nicht mehr über root SSH irgendwas machen kann, sondern aus MySQL heraus durchführen kann. Last but not least, Performance-Schema. Das war was, hatten wir in MySQL 5.5 eingebaut. War eine schöne Sache, um zu gucken, welche Events wie lange dauern. Ist kontinuierlich ausgebaut worden. Im Release 5.7 kam dann das Tracing von dem Arbeitsspeicher mit dazu. Hat aber auch dazu geführt, dass Performance-Schema, das ist eine eigene Datenbank innerhalb von MySQL, sehr, sehr umfangreich wurde. Da sind jetzt eine ganze Menge Optimierungen auch wieder gemacht worden, auch mit dem Ziel, die Single-SQL-Statement-Performance nochmals zu erhöhen. Also dieses Thema des Performance-Schema-Indexes geht so ein bisschen einher mit Data Dictionary. Es geht hier in allererster Linie um das Thema Skalierung und Throughput. Das ist das eine, was passieren wird. Und das andere, wir hatten ja über InnoDB Cluster gesprochen. Ich hatte es schon kurz angerissen. Wenn ich mir das heute anschaue, dieses Bild, diese MySQL-Shell, die Plot, die Group-Replikation und die MySQL-Router, aber keine Slaves. Das ist das nächste Bild. Das wird tatsächlich in MySQL 8 dann auch abgebildet sein, dass sich tatsächlich auch Slave-Systeme und weitergehende Systeme sehr einfach publizieren. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wo geht das Bild ganz grundsätzlich denn weiter, weil das ist so der nächste logische Schritt. Aber das nächste Bild wird tatsächlich das sein, dass ich tatsächlich dann ein Sharding betreiben kann auf Basis von diesen sogenannten Replication-Sets. Wie gesagt, wir reden jetzt über MySQL 8 und später. Und tatsächlich dann sehr, sehr große Datenbanken abbilden kann. Das Routing zu den entsprechenden Informationen wird der MySQL-Router vornehmen. Ich vermute mal, dass dieses Bild nicht auf klassischem SQL-Aufbauen wird, sondern nur auf dem sogenannten Documents Store, auf den sogenannten JSON-Formaten, weil da zum Beispiel Joining oder sowas nicht in der Komplexität möglich ist wie in SQL. Das wird das zukünftige Bild sein, was der Router, was der InnoDB-Cluster, was MySQL 8 machen wird. Es ist aber an dieser Stelle Zukunftsmusik. Das kann ich tatsächlich sagen, können Sie sich noch nicht anschauen, das können Sie sich auch nicht anschauen, aber MySQL 8 steht wie gesagt, es steht im Open Source auf GitHub zur Verfügung. Sie können es von MySQL runterladen, Sie können die Binarys auch runterladen und probieren Sie das einfach mal aus, ob das, was ich Ihnen da so gesagt habe, ob das stimmt. So, ich glaube, ich habe jetzt noch 6, 7 Minuten, richtig? Und ich würde mich gerne jetzt nochmal an dem InnoDB-Cluster probieren, wenn Sie einen kleinen Augenblick Zeit hätten. Ja, das ist richtig. So, das ist richtig. So, kleiner Augenblick. Also, ich restaure einfach meine virtuelle Maschine. Was ich jetzt gerade mache ist, ich verwende VirtualBox. Und ich habe jetzt gerade einen Snapshot von heute Morgen zurück eingespielt und hoffe, dass ich da nichts kaputt konfiguriert habe, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass ich es nicht gemacht habe. Und wir spielen es jetzt gerade nochmal durch. Also, das allererste, was ich gemacht hatte, ist... Ich hatte die Applikation gestartet. Sie erinnern sich. Das zweite, was ich gemacht hatte, ist... Ich hatte die MySQL Shell gestartet. Die MySQL Shell gestartet und hatte dann gesagt, okay, wir müssen jetzt erst mal drei Instanzen deployen. Instanz 1. Das dauert einen kleinen Augenblick. Jetzt legt er tatsächlich diese MySQL Instanzen in dem Room Directory an. Da liegen jetzt auch die ganzen Binarys, da liegen die ganzen Konfigurationsdaten. Das ist so der Punkt, wo man sich dann wieder mal einen schnelleren Rechner wünscht. Na komm, mach hin. So, dann hatte ich gesagt, ich verbinde mich auf den ersten Server und etabliere den Cluster. Na komm, mach hin. So, ich verbinde mich auf den Cluster. Dann hatte ich gesagt, ich kreiere den Cluster. Dann hatte ich gesagt, ich persistiere. Session 1, 2 und 3. Dann hatte ich gesagt, ich... Ja, Sie haben vollkommen recht. Genau, sehr schön. Knoten 2. Und das gleiche für Knoten 3. Jetzt muss ich die auch nochmal persistieren. Vollkommen richtig. Ja. 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 Und das gleiche für Knoten 3. So, dann hatte ich gesagt, ich starte den MySQL-Router und ich konfiguriere den. Das war der Fehler vorhin gewesen, weil ich wahrscheinlich vorhin am Stand den irgendwie getilt habe. Und dann hatte ich gesagt, ich muss den MySQL-Router starten. Und wenn der gestartet ist, werden die drei Fragezeichen in dieser schwarzen Kiste dann verschwinden. Wir sehen jetzt die Applikation connected, also der Router connected auf den 4001. Ich starte jetzt einfach mal den grünen und ich starte den blauen. Das ist kein Fake. Also wir schreiben in die Datenbank und diese Informationen werden dann von den jeweiligen zwei anderen Systemen gelesen. So, also der läuft. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist, wenn ich den Master-Server, also das ist der, der die Schreibzugriffe bekommt, wenn der kaputt geht. So, und das mache ich jetzt. Ich schieße jetzt den Prozess auf den 4001er, den ganz linksen, ab. Und das ist die 4049. Sie gucken bitte mit, ja. 4049. So, der fällt jetzt weg. Der Router timet gleich aus und wird dann den Status des Read-Only-Flags entfernen. Die Applikation, der Router, routet jetzt automatisch auf den Localhost 2. Meine Applikation läuft weiter. So, das Ganze kann ich nochmal machen mit Kill und jetzt kille ich den 4002, 4179. So, auch der fällt weg. Der dritte Server ändert seinen Status von Read-Only auf Read-Write. Meine Applikation läuft weiter. Aus Applikationssicht hätte ich keinen Interrupt gehabt. Das Einzige, was tatsächlich in Anführungsstrichen vergessen geht, ist die existierende Transaktion, die abgebrochen wird. So, jetzt ist die Frage, ich habe nur noch ein System, wie kriege ich die anderen zwei Systeme wieder in meinen Cluster rein? Ja, ich muss die einfach starten. Wobei einfach starten jetzt tatsächlich heißt, ich fange mit dem 4001er an. Der hat ja jetzt einen anderen Status wie der 4003er. Ich habe ja die ganze Zeit weitergelesen und weitergeschrieben. Und in dem Moment, wo ich jetzt sage, ich starte den wieder, passiert Folgendes. Der wird gestartet, der bleibt jetzt aber erst auf der blauen Linie hängen. Der gleicht jetzt sich mit dem Binlog an dieser Stelle ab und wird dann in meinen Cluster-Verbund zurückgehen. Habe ich den gestartet? Okay, jetzt hängt es wieder. Hatte ich die persistiert, die 4001er? Ich glaube nicht. Ich glaube, die 4001er hatte ich nicht persistiert. Dann mache ich das gleich jetzt mal mit der 4002er. Die hatte ich, glaube ich, persistiert, oder? Bitte? Eigentlich alle drei. Also das sieht so aus, als hätte ich es bei dem 4001er vergessen. Okay, genau. Also der war persistiert, wie gesagt, der geht jetzt zurück in den Cluster. Der datet jetzt die entsprechenden Binlogs an dieser Stelle ab und wird in einer Sekunde in der blauen Box sein. Das heißt, er wäre wieder operativ. Bei dem 4001er habe ich jetzt den Fehler gemacht, den kriege ich jetzt nicht mehr dazu. Aber tatsächlich wäre das System jetzt wieder verfügbar. Sie sehen, es ist keine ungerade Anzahl von Systemen. Er sagt, null Fehler ist acceptable. Wenn ich den aber jetzt manuell runterfahren würde, mit zum Beispiel einem Stopp, würde mein System nach wie vor weiterfahren. Das schenke ich mir jetzt aber aus Zeitgründen und würde den jetzt auch einfach mit einem Kill-9 abschießen und idealerweise, der Datenzustand kann nicht gehalten werden, was wiederum heißt, der Cluster müsste sich herunterfahren. So, das ist die 4002er ist 4179, richtig? Bitte? Ne, die stimmt nicht mehr. Sie haben recht, ich habe ja gestartet. So, wo ist hier? PS-11. So, und jetzt sage ich Kill-9 und würde den 4002er, das ist die 4571, abschießen. So, der fällt weg. Und jetzt sehen Sie tatsächlich, die Applikation hier bleibt stehen. Es kann kein Quorum mehr gebildet werden. Die Datensicherheit wäre nicht gewährleistet. Das System ist tatsächlich, der Cluster ist tatsächlich gestoppt. Das wird jetzt grafisch nicht abgebildet, aber es ist tatsächlich so. Im Hintergrund, weiß ich nicht, ob das Fenster jetzt mitgelaufen ist oder nicht, im Hintergrund läuft irgendwo ein Tjava-Fenster, der würde tatsächlich sagen, dass der Cluster nicht mehr läuft. Das ist genau das Bild, was ich machen will. Also das Aufbauen von InnoDB-Clustern ist wirklich denkbar einfach. Wenn Sie nicht den Fehler machen wie ich, dass Sie da rumgefuscht haben irgendwie. Und es ist relativ intuitiv. Man kann eigentlich nicht sehr viel falsch machen. Wenn Sie noch Fragen haben, sorry, dass es jetzt zum Schluss so ein bisschen eine Hetze gewesen ist. Ich bin an dem Stand. Ich zeige es Ihnen auch gerne nochmal in der Länge. Wenn es Rückfragen gibt, ich stehe gerne zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.